Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Auf meinem Kanal beschäftige ich mich vor allem mit Spielen mit historischem Hintergrund. Dieses hier, Tormund Tides of Numenera, das heute erscheint, heute erschienen ist, ist definitiv nicht so ein Spiel. Dennoch beginne ich ein Let's Play, weil ich auch eine große Leidenschaft habe für diese klassischen Rollenspiele in der Baldur's Gate Tradition. Rollenspiele der Infinity Engine und mit Pillars of Eternity ist da ja so ein großes neues Leben in dieses Genre gekommen. Und ihr findet schon auf meinem Kanal Pillars of Eternity komplett mit beiden DLCs als Let's Play über 350 Folgen. Und insofern leiste ich mir einfach neben meinem normalen Games-and-History-Programm diese Extravaganz, nun auch ein Let's Play von Tormund Tides of Numenera zu beginnen. Ja, ich habe große Erwartungen, große Hoffnungen. Ich bin sehr gespannt. Ihr wisst sicher, die Welt von Tormund, auch wenn sie ein bisschen anders ist als das ursprüngliche Planescape Tormund, ist keine High Fantasy, sondern etwas ganz anderes. Irgendwie sehr avantgardistisch, noch ein bisschen abgefahrener, vielleicht noch ein bisschen unzugänglicher dadurch auch. Aber dennoch, ich glaube, die Geschichten, die wir erleben werden, die sind ganz besondere. Und ich lade euch ein, mir jetzt zu folgen. Vor allem richtet sich dieses Let's Play an Spieler, die Lust haben, tief einzusteigen, die Geduld haben auf Geschichten, viele Geschichten, auf Details, auf Dialoge. Und auch sich mal zurücklegen können und zuzuhören können. Denn, das muss man sagen, diese Art von Rollenspielen ist sehr textlastig. Und ich werde alles, ich werde jede Textzeile vorlesen. Es wird so eine Art Hörspiel-Let's Play-Charakter durchaus haben. Gut, bevor wir loslegen, noch eine Anmerkung. An dieser Stelle erfolgt normalerweise der Hinweis auf meinen Keyshop-Partner Gamesplanet, bei dem man sehr seriös und günstig Game Keys, Steam Keys und so weiter kaufen kann. Leider ist dort Tormund, teils auf Nominera, noch nicht erhält. Ich weiß nicht, ob es zukünftig so sein wird. Ich habe euch dennoch mal meinen Zugangslink gewissermaßen zu Gamesplanet in die Videobeschreibung getan. Denn wenn ihr diesen nutzt und dann dort einkauft, dann landet ein kleiner Teil eurer Einkaufssumme gewissermaßen bei diesem Kanal und unterstützt hier den Kanal meiner Arbeit dafür schon mal vielen Dank. Und jetzt starten wir in ein neues Abenteuer. Auf geht's! So, wähle ein Geschlecht. Dies ist eines der wenigen Dinge, die wir wählen können am Beginn, was unseren Charakter betrifft. Und ich wähle weiblich. Wir spielen einmal einen weiblichen Charakter. Dunkelheit umwölbt dich. Beißende Kälte kreilt sich in einen fremden Körper. Entferntes Geheul umrandet dich, wird mit jeder Sekunde lauter, hartnäckige, unsichtbare Hände schlagen und reißen an der schützenden Membran, die dich umgibt. Dein erstes Gefühl ist eine unwillkürliche, formlose Panik. Du hast das Gefühl, etwas vergessen zu haben, etwas Wichtiges. Als hätte es dir einst die Welt bedeutet. Aber die Details entgleiten, sobald du sie zu ergreifen versuchst. Du zwingst die Augen auf. Okay. Wir betrachten mal unseren Körper, diesen Körper. Der Körper trägt... Warte. Du trägst einen eng anliegenden Anzug aus dunklem Material. Du meinst dich zu erinnern, dass du etwas viel Kunstvolleres getragen hast. Es ist noch nicht lange her. Du hast glatte, hellbraune Haut, fünf Finger an jeder Hand und fünf Zehen an jedem Fuß. Gute Muskeln, stark, aber nicht massig und eine schmale Hüfte. Deine Handflächen sind weich, so als hättest du nie hart gearbeitet. Aber Narben und Verbrennungen an deinen Händen und Handgelenken legen nahe, dass du nicht immer vorsichtig warst. Warum kannst du dich nicht daran erinnern? Ohne Vorwarnung zerfetzt und zerreißt der Kokon, der dich umgibt. Du fällst. Über dir fällt ein kleiner Mond langsam in sich zusammen. Die Welt ist viele Kilometer unter dir. Wir werden mal versuchen, uns irgendwie vielleicht zu retten. Ich weiß nicht. Mach dich flach. Fang den Wind. Instinktiv breitest du Arme und Beine aus und sie reagieren tadellos. Du fällst nicht mehr Hals über Kopf. Du drehst dich zwar immer noch seitwärts, aber auch diese Bewegung hat sich beruhigt. Und du hast die Gelegenheit, über dieses eigentümliche Schicksal nachzudenken, es möglicherweise zu verstehen. Diesen Körper zu verstehen, in dem du dich wiederfindest. Der Fall muss ja ziemlich hoch sein, wenn wir so viele Gedanken haben können. Unter dir befindet sich eine einzelne Landmasse. Sie ist groß. Ein immenses Landstück, das sich über die ganze Welt erstreckt. Ein gewaltiger Ozean dominiert den übrigen Globus, hier und dort mit kleinen Inselgruppen gesprengelt. Zu deiner Linken und Rechten siehst du kleine Monde, ungewöhnliche Gebilde und seltsame Maschinen rauschen in einem glitzernden Überfluss an dir vorbei, während du zu Boden stürzenst. Okay, wollen wir die Welt betrachten oder uns mit uns selbst beschäftigen? Wir machen mal das Letztere. Was ist passiert? Erinnere dich, versuche es. Alles ist, alles ist verschwommen. Du warst in einem hohen Korridor. An den Wänden glitzerte der Tau. Die Luft war warm und feucht, so als wärst du im Atem eines riesigen Organismus gefangen. Du erinnerst dich an Angst und an Heiterkeit. Lachen im Angesicht des Grauens. Was hat dich verfolgt? Etwas Uraltes und Kaltes. Seine zusammengerollte Macht ein Versprechen. Vergessen. Seine schattenhaften Ranken schnappten nach dir. Wo sie einschlugen, zerrissen sie die Wand. Auseinander. Zerstörung. Ohne jede Hoffnung. Ohne jede Aussicht auf eine Reparation. Du bist in eine Fluchtkapsel gesprungen und dann gefallen. Vom Mond. Und dann warst du leer. Aber wer warst du? Und was war diese Kreatur? Ein Wort steigt in deinen Gedanken auf und du begreifst danach, du greifst danach, bevor es verschwinden kann. Kummer. Hm. Kummer. Der Kummer. Erinnere dich an den Kummer. Es tut innerlich weh, die Erinnerung hervorzurufen, aber du schiebst den Schmerz beiseite. Eine Kreatur einer vergessenen Welt. Sie sucht nach dir, seit Jahrhunderten schon. Aber sie suchte nicht nach dir, oder? Sie suchte nach dem Mann, in dessen Erinnerungen du wühlst. Und plötzlich verstehst du, dass du nicht dieser Mann bist. Okay, also wir haben Erinnerungen an einen Mann, der wir nicht sind. Hm. Du warst? Wer? Wer warst du? Was wollen wir jetzt tun? Wollen wir weiter in uns gehen? Ja, das ist gerade so, so wesentlich, so existenziell. Ja, okay, den Fall zu bremsen wäre vielleicht auch existenziell, aber... Wir sind vielleicht eher nach innen gerichtet. Suche weiter in diesen Erinnerungen. Wenn es dir irgendwie gelingt, die Gesetze der Physik, Anatomie und des Todes außer Kraft zu setzen... Du bist überrascht, wie viel du über diese Gesetze weißt. Wenn es dir irgendwie gelingt, diesen Sturz zu überleben, dann, so glaubst du, kannst du diese schlummernde Stärke vielleicht wiedererwecken. Aber wer könnte einen Sturz aus dieser Höhe überleben? Die Schwerkraft macht keine Gefangenen. Ja, schön gesagt. Du erinnerst dich, dass du eine Fluchtkapsel erreicht hast. Erinnerst dich, dass dich eine Ranke aus Energie getroffen hat. Der Sturz. Der Sturz. Du öffnest die Augen gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, dass sich ein Gewirr aus Farben umgibt. Dein Fall kaum gebremst. Und dann durchzuckt dich ein greller Schmerz, als der krachende Aufprall deinen Körper zerstört. Das Letzte, was du hörst, ist Energie, die heulen, anschwillt. Und dann... Okay. Also das kann man schon mal sagen. Das Spiel beginnt radikal mit Schwärze, mit Text, mit dem Tod des Charakters. Wir setzen mal fort. Dunkelheit. Okay, da liegen wir. Wir können uns bewegen. Wir sind in einem merkwürdigen, düsteren Raum. Mit komischen Strukturen. Alles sieht kalt und... Ja, schwarz-weiß aus. Wir können uns umschauen. Hier ist so ein Schatten, mit dem wir interagieren können. Hier war auch irgendwas. Metallwellen rollen über den unteren Boden und vibrieren an den Sohlen deiner Stiefel. Ach so, Metall ist das. Okay, dann gucken wir mal hier. Wirre Gedanken schwirren dir durch den Kopf, als du die leere Schale vor dir betrachtest. Tropfen fallen von der Decke auf den Boden, neben der Schüssel. Das Licht der Tropfen wird von der runden Schale reflektiert, als hungerte sie danach und müsse gefüllt werden. Doch die Schale bleibt trocken. Ein weiterer Tropfen fällt von der Decke und spritzt, verschwendet über die Pilonen. Hier seht ihr die Tropfen. Die erleuchten auch das Ganze ein bisschen. Okay, es scheint so, als kann das irgendwie uns helfen, wenn wir die Schale dahin schieben. Ich denke, da brauchen wir sie nicht groß untersuchen, sondern wir werden sie unter Einsatz von Kraft vorsichtig unter die tropfende Flüssigkeit stellen. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten ersten Spielkonzept, das wir kennenlernen, dieses Spiels. Und zwar hat man hier bestimmte Reserven an Eigenschaften. Und dieses Orangene ist Kraft. Wir haben derzeit also fünf Kraftreserven und können an bestimmten Situationen jetzt Prüfungen damit bewältigen. Und ihr seht, wie hoch die Chance des Erfolgs ist, erst mal als Basis diese Prüfung zu bestehen. Und jetzt können wir Kraftreserven einsetzen, um diese Chance zu erhöhen. Verlieren allerdings dann die Reserven, die wir später dann wieder auffüllen müssen. Wenn ich eine Stufe mache, haben wir 65. Wenn wir zwei Stufen machen, haben wir 85. Am Anfang können wir immer nur zwei zusätzliche Kraftreserven anzapfen. Und das wächst später an. Aber ich denke, das scheint jetzt hier wesentlich zu sein. Wir werden also mit aller Kraft diese Schale darüber schieben und mal sehen, ob es klappt. Jawohl. Der Haken zeigt uns, es hat geklappt. Erfolg. Du greifst die Schale vorsichtig, um dich nicht an ihrem gezackten Rand zu schneiden. Du atmest tief durch und stellst die Schale über die leuchtende Lichtpfütze. Okay. Da schieben wir sie hinüber und nun? Das Licht ist eine Art Flüssigkeit, offenbar. Die Schale füllt sich Tropfen für Tropfen. Kräusel breiten sich über deinem verschwommenen Spiegelbild aus. Ein blassblaues Leuchten erstreckt sich bis in die Ecken des Raums. Ein helles Leuchten breitet sich über die einzelnen Teile des Bodens aus, wäsch die nahen Schatten fort, dringt in dein Geist ein und lässt die gezackten Ränder deiner zersplitterten Gedanken schmelzen. Du bist nicht ganz, noch nicht, aber du hast begonnen, dich von den Schäden zu erholen, die dein langer Sturz angerichtet hat. Von hoch oben, jenseits des sich ausbreitenden Lichts, ruft eine Stimme dir zu. Hallo, lebst du noch da unten? Wir sind hier oben, baue einen Weg zu uns herauf und sei vorsichtig. Okay, und da entsteht schon so eine Art Weg, den wir gehen können. Wo sind wir eigentlich? In was für einer merkwürdigen Welt. Wie sind wir hier gelandet? Es war von den Zacken unserer Gedanken die Rede. Sind das hier unsere Gedanken? Oder vielleicht das hier? Erinnerungen sind das vermutlich? Als du die Kugel berührst, überflutet eine Erinnerung dein Verstand. Du stehst vor einer rostigen Tür. Die Luft ist unangenehm feucht. In einer Blase schaler Luft hattest du einen Moment Erholung von dieser feuchten Höhle. Du hast bereits Wasser geatmet und Jahrzehnte unter Wasser gelebt. Doch dieser Körper ist auf Luft zum Atmen angewiesen und der beständige Druck quetscht dir langsamer, versichert die Lungen zusammen. Und noch schlimmer, dein Begleiter scheint mit seinen Gedanken nicht bei der Sache zu sein. Er ist ein Genie, was Maschinen betrifft, wie du nur zu gut weißt. Doch nun wirkt er abgelenkt. Der Apparat in seinen Händen ist ein Durcheinander. Von Knöpfen, Drähten und Attenen. Er denkt, das Gerät kann euch beide durch die verrostete Tür bringen. Aber er tut nichts damit, sondern starrt es bloß an. Vielleicht hat er das Vertrauen in seine Erfindung verloren. Doch mit Selbstzweifeln kannst du dich nicht aufhalten. Die Motion muss weitergehen. Sofort. Okay, was machen wir? Überlisten, bedrohen oder selber irgendwas tun, zaubern? Wir werden ihn mal überlisten. Überlisten, indem du vorgibst, dass du Schritte von Verfolgern gehört hast. Deine Worte erklingen laut und deutlich und reißen ihn aus seiner Unentschlossenheit. Er verzieht das Gesicht und sagt, gut, gehen wir durch die Tür, bevor sie uns erwischen. Er dreht beinahe unmerklich an den Knöpfen und blinkenden Hebeln des Apparats und frische Luft dringt in deine Blase, als die Tür aufgeht. Hinter der Tür erstreckt sich ein dunkler Gang, der die vom Wasser umgebenen Zellen mit den Sichtbereichen verbindet. Dort findest du, wonach du suchst. Augenblicke später bist du erneut unter Wasser und deine Hände ergreifen ein seltsames Artefakt, das dir irgendwie vertraut vorkommt. Es schwebt über einem Sockel und krümmt und dreht sich, als wäre es lebendig. Als du mit der Hand die senkrechte Ebene des Sockels durchdringst, fährt dir ein Stromstoß durch die Finger und ein bunt schimmerndes Feld baut sich so schnell auf, dass die Druckwelle dich für einen Moment benebelt. Ein Sonaralarm erklingt schwillt an und breitet sich im Wasser aus. Hm, die Wachen werden bald hier sein. Okay, ist das so eine Art, ja, Alarm. Wir klauen offenbar da was. Wir sind so eine Art Diebe möglicherweise und klauen ein Artefakt. Was tun wir? Weglaufen, den Sonarpuls deaktivieren oder irgendwas benutzen, um die Wachen aufzuhalten. Wir werden mal versuchen, den Alarm zu deaktivieren. Du konzentrierst dich auf den trüben Fuß des Sockels. Deine Finger finden instinktiv das Bedienpanel für das glitzernde Kraftfeld. Fast so, als hattest du es selbst gebaut. Du entfernst das Panel, wirfst es zur Seite und greifst hinein, um die Kristalle zu deaktivieren, die Sonarpuls und Sockel mit Energie versorgen. In dem Moment packt dich eine schuppige Hand bei der Schulter. Du reißt den Kopf herum und siehst nur das Pechschwarz eines Fischauges. Die Erinnerung verschwindet langsam, als würdest du rückwärts durch einen Tunnel von ihr weggezogen. Du hörst, wie sich noch weitere Pylonen aus der Tiefe erheben. Etwas stimmt nicht. Die Ereignisse im Inneren der Kugel haben die Lücke in deinem Geist ausgefüllt, aber ihre Ecken reiben gegen den Rest, so als wäre die Erinnerung nicht wirklich deine. Und da ist noch etwas, ein saurer Lufthauch, der an dir zieht wie ein Raubtier, das über ein dunkles, flüsternes Feld hinweg den Duft seiner Beute aufsaugt. Gut, war das unsere Erinnerung? Hm. Aber was, ein neuer Weg offenbart sich, wir können da hochmarschieren. Schauen wir uns ein bisschen um. Sind das Türen? Wir werden das gleich mal untersuchen. Wir können hier ein paar Sachen untersuchen, das hier auch. Der Spiegel sieht eigenartig aus, als ob das, was es abbildet, die Wahrheit ist und du das Spiegelbehalt bist. Okay. Wir sind hier offenbar in so einer Art Gegenwelt. Eine Welt der Erinnerung. Wir schauen uns mal die Türen an. Das Licht um den Türrahmen verdunkelt sich und leuchtet auf wie ein brausendes Feuer mit starkem Wind. Und hier? Keinerlei Hinweis oder Anzeichen, was sich hinter dieser riesigen Tür verbergen könnte. Ein düsteres Frösteln strömt aus seiner bronzenen, segmentierten Oberfläche und das dicke, metallener Rad scheint festgefroren zu sein. Gut, das können wir also nicht drehen. Hier kommen wir nicht raus. Hier ist dieser weitere Lichtball. Zahlreiche Kratzer und Wunden verunstalten die Oberfläche dieser Tür. Jemand hat sich viel Mühe gemacht, hereinzukommen, jedoch ohne Erfolg. Nun gut, wir wollen mal sehen. Du stehst neben einer Frau auf einer bewachsenen Klippe. Unter euch erstreckt sich ein breites Plateau über dem Dickicht in der Tiefe. Seltsame Maschinen wurden in die Felswand gebaut. Vermutlich dienen sie der Aufklärung oder Verteidigung. In der Mitte des Plateaus glitzert eine Metallscheibe. Deine mit einem Bewusstsein ausgestatteten humanoiden Maschinen bohren den Fuß der Klippen unten an. Dies scheint der richtige Ort für jemanden wie dich zu sein, der verzweifelt nach einer sicheren Zuflucht sucht. Gut, jetzt können wir wieder Verschiedenes tun, verschiedene Eigenschaften einsetzen. Ich denke mal, wir werden unseren Charme einsetzen, um sie von den Vorzügen dieses Ortes zu überzeugen und sie daran zu ändern, dass die Zeit drängt. Meine Wolke verdeckt kurz die Sonne, während du sie in einer geistreichen, freundschaftlichen Diskussion auf die Relikte einer Zivilisation einer früheren Welt hier hinweist, deren Macht es noch auszuschöpfen gilt. Nach einigen Minuten hebt sie lachend in einer scherzhaften Aufgeben-Geste die Hände. Es reicht, deine Diener sind da unten, du hast dich ohnehin längst entschieden, nicht wahr? Sie wartet auf deine Bestätigung und sagt, gut, du hast mich überzeugt. Ihr skizziert Pläne für den Zufluchtsort, zeichnet Schaubilder und Bauskizzen, dann steigt ihr zum Plateau hinab, um das offene Gelände zu untersuchen. Die Frau schlägt vor, dass einer der Diener für die Zeit, die ihr hier sein werdet, eine Hütte für euch bauen sollt. Du befiehlst einem der Konstrukte, seine derzeitige Arbeit dafür zu unterbrechen, aber es reagiert nicht auf dich. Als du es an der Schulter packst, um deinem Befehl Nachdruck zu verleihen, wirbelt es herum und schlägt dir mit übermenschlich, schlägt dir übermenschlich flink ins Gesicht. Dann wendet es sich wieder seiner Aufgabe zu, ohne dich weiter zu beachten. Deine Begleiterin hilft dir auf, ein amüsiertes Funkeln in den Augen scheint, als hätte dein Konstrukt andere Pläne. Was ist mit ihm los? Okay, wir suchen mal nach einem tiefer gehenden Grund. Vielleicht ist es eine Auswirkung der Metallscheibe hier. Nebel senkt sich über das Plateau, als du ein Netz aus Fasern als Schutzhülle um den Schädel des Konstrukts wickelst. Das Netz schaltet sich ein und schützt das Konstrukt Gehirn vor möglicher transdimensionaler Strahlung hier. Du holst Tiefluft und wiederholst dein Befehl. Verstanden! Folgsam rollt es an den Platz, an dem eure neue Hütte stehen wird. Das Bild friert ein und verblasst und du fühlst, wie eine Erinnerung die Lücke in deinem Geist ausfüllt, gezackten Block für gezackten Block. Du stolperst herum, die Hände an den Kopf gepresst. Es tut weh, Erinnerungen zurückzuerlangen. Und wieder ist da noch etwas. Deine Nackenhaare stellen sich auf. Etwas jenseits dieses Raumes fühlt, was du hier tust, und jagt dich. Oh Gott. Vielleicht dieses Geschöpf. Dieser Kummer, von dem wir anfangs erfahren haben. Gut. Wartet eine neue Erinnerung. Da irgendwo? Ja. Wir können hier weitergehen. Gibt's hier ein neues? Nee. Gut, dann schauen wir mal hier. Die Vision einer Stadt entfaltet sich um dich herum. Es ist deine Stadt. Belagert und in Flammen. Den ganzen Tag über haben ihre Angreifer aufopferungsvoll gekämpft. Doch immer noch rennen die Angreifer gegen sie an. Ihre Verteidiger entschuldigt. Haben aufopferungsvoll gekämpft und die Angreifer rennen weiter an. Sie kämpfen, als wäre ihr Befehl reine Vernichtung. Gnade, Kapitulation oder Plünderung interessieren sie nicht. Sie wollen Blut. Aber du hast eine Begleiterin zur Spitze des Turms mitgebracht, die mit ihren scharfen Augen einen Weg gefunden hat, um die Angreifer aufzuhalten. Du musst sie in Sicherheit bringen und die Verteidiger wieder sammeln. Wie kann man da mit scharfen Augen so einen Weg finden? Na gut, mal sehen. Doch als du dich zur Tür des Turms umdrehst, steigen zwei Angreifer von einer schwebenden Maschine herab. Du hast keine Zeit mehr, um sie anzugreifen, bevor sie landen. Einer ist unmenschlich groß und schwingt eine vibrierende Axt. Seine Begleiterin ist dünn, in gläserne Rüstung gehüllt und hält einen Griff mit einer knisternden, unsichtbaren Klinge in den Händen. Deine Begleiterin weicht zurück. Sie ist zu jung, um dir hier eine Hilfe zu sein. Auf der engen Zinne kommen deine Feinde im Gänsemarsch auf dich zu. Gut, was machen wir? Ist mit dem Riesenaufnehmen, hinwegtauchen, Defensivkämpfen. Wir werden mal unter dem Axthieb des Riesen hinwegtauchen und ihn angreifen, bevor er dich erwischen kann. Du dugst dich unter seinem Axtwirbel weg. Er ist vollkommen seines Sieges überzeugt und spielt mit dir, ohne ernsthaft anzugreifen. Ja, er ist schnell, aber nicht so schnell wie du. Und als er zum tödlichen Hieb, ausholend, die Axt hebt, kannst du ihm dein Schwert unter den Brusthahnen schrammen, bis die Klinge bei seinem Nacken wieder herauskommt. Sein Blut ergießt sich über deine Hände und er kippt zu Boden, dein Schwert noch im Körper. Du hast keine Waffe mehr und seine Begleiterin greift an. Ihre unsichtbare Klinge ist wesentlich tödlicher als die Axt des Riesen. Du dugst dich gerade noch rechtzeitig weg und die Wand hinter dir zerbröckelt mit einem Zischen. Als sie die Klinge zurückzieht, streift sie deine Rüstung und zerstört deinen Brusthahnisch. Mit so einer Waffe muss man kein geschickter Kämpfer sein, sondern die Gegner nur irgendwie treffen. Du greifst sie an, als sie gerade zu einem weiteren Hieb ausholt. Du rammst sie mit voller Wucht und stößt sie über die Mauer. Schreiend stürzt sie 50 Meter in die Tiefe. Die unmittelbare Gefahr ist vorüber. Du konzentrierst dich darauf, einen Weg zurück zu deinen Verbündeten zu finden. Du öffnest die Tür des Turms und stürmst die Treppe hinab. Die Tür am Fuß der Treppe ist leicht beschädigt und steht offen im Gang dahinter. Hörst du noch weitere feindliche Soldaten? Okay, wir werden mal die Tür aufbrechen und uns an den Soldaten vorbeischleichen. Du stemmst dich gegen die glänzende Tür und öffnest sie langsam. Als sie leise quietscht, wagst du nicht zu atmen. In deiner Erinnerung ist das Geräusch so laut wie eine Glocke. Du erstarrst, aber die Soldaten hinter der Tür reden weiter miteinander, so als hätten sie nichts gehört. Du schiebst die Tür noch ein wenig weiter auf, zwängst dich durch die schmale Öffnung und schleichst den blutverschmierten Gang entlang. Die Erinnerung beginnt zu verblassen und du bist zurück in deinem eigenen Körper. Dein rasender Herzschlag pocht in deinen Schläfen und die wiedergewonnene Erinnerung brennt in dir hell wie ein Leuchtfeuer auf einem Bergkipfel. Unübersehbar für jeden Jäger im Umkreis von Kilometern. Ein Beben erschüttert den Boden unter deinen Füßen, als ob eine gewaltige Faust dem Raum einen Schlag versetzt hat. Als du versuchst, das Gleichgewicht zu halten, bemerkst du fieberhafte Bewegungen in den Rändern eines Spiegels in eine Ecke des Raums. Okay, das ist jetzt keine Erinnerung, sondern hier. Der Spiegel war da vorne irgendwo, da oben. Wir sehen jetzt so wenig, wir müssen uns hier vorantasten in der Dunkelheit. Haben die Tropfen aufgehört? Oh ja. Das scheint von Bedeutung zu sein. Vielleicht waren das alle Erinnerungen, die wir haben können. Hier ist der Spiegel. Oh, wir sehen uns. Der Rahmen dieses Spiegels ist kunstvoll, mit einer atemberaubenden Anzahl miteinander verbundener Symbole verziert. Dolche, Masken, Pinsel, Amulente und noch vieles mehr. Doch das ist nichts im Vergleich zu dem Anblick im Glas selbst. Im Spiegel siehst du eine riesige Menge Doppelgänger von dir, die sich gegenseitig anrempeln und miteinander streiten und raufen. Die meisten sind bloß blasse Kopien, doch einige wenige wirken... kräftiger und erregen deine Aufmerksamkeit. Jeder dieser Doppelgänger hat eine komplizierte, fünfeckige Tätowierung am Kopf. Die Erinnerungen, die du in den Kugeln gefunden und die Entscheidungen, die du getroffen hast, leuchten in ihren Augen wie ferne Sterne. Deine Hand zuckt an deiner Seite. Manche der hellen Doppelgängerinnen ignorieren dich, aber einige wenige drehen sich sofort zu dir um und warten darauf, dass du eine von ihnen auswählst und erfährst, was aus dir werden kann. Ein Beben erschüttert den Raum und langsam breitet sich eine Erschütterung von der Dunkelheit unter dir bis zur Decke hinauf aus. Okay, jetzt gibt es verschiedene Doppelgängerinnen, die offenbar von besonderer Bedeutung sind, die die charmant lächeln, die sich elegant bewegt, die Gerissene, die die andere mit Worten um den Finger wickelt oder die verstohlen durch die Menge schleicht. Wir werden mal die Gerissene nehmen, die die andere mit Worten um den Finger wickelt. Mit einem spitzbübischen Grinsen steckt die Doppelgängerin einige ergaunerte Münzen in die Tasche und holt, während sie auf dich zukommt, ein Dolch aus einer an ihrem Handgelenk versteckten Scheide hervor. Sie wirft den Dolch hoch in die Luft und zwinkerte zu, als sie die Klinge zwischen Daumen und Zeigefinger sicher fängt und sofort eine Wurfbewegung in Richtung deines Kopfes macht. Du hast dich bereits fast weggedugt, bevor du begreifst, dass deine Doppelgängerin den Dolch immer noch in der Hand hält. Die Doppelgängerin entschuldigt sich so wortgewandt für den kleinen Streich, dass du ihr unmöglich böse sein kannst. Die Doppelgängerin steckt den Dolch schwungvoll zurück in seine Scheide und erwartet deine Entscheidung. So, wollen wir uns jetzt noch die anderen Möglichkeiten ansehen? Nein, das sind wir. Ja. Okay. Die verbliebenen Doppelgängerin zerstreuen sich und verschwinden hinter dem Rahmen des Spiegels. Das von dir gewählte Selbst tritt vor. Ihr Aussehen verändert sich, als sie durch das gewählte Glas tritt. Ihr Gesicht strahlt Selbstvertrauen und Klugheit aus. Die Schatten verschiedener Waffen flackern in ihrer Hand und einige Apparate leuchten an ihrem Gurt auf. Du hast den Eindruck, sie kann mit den verschiedensten Situationen gut umgehen. Und du damit auch. Das Wort Jack kommt dir in den Sinn. Und wir haben ein Deskriptor erhalten. Wir sind geschickt. Deine Doppelgängerin kommt weiter auf dich zu, tritt in dich hinein, füllt dich aus, macht dich ganz. Deine Entscheidung erschallt in dem riesigen Raum und setzt gewaltige Mechanismen hinter den Wänden in Bewegung. Plötzlich werden eure geteilten Welten von einem grotesken Geräusch erfüllt, wie von einer verrotteten Glocke. Etwas kommt auf dich zu. Okay, unterdessen ist unser Kraftpool wieder hergestellt. Der Spiegel verschwindet und gibt eine dunkle, offene Tür frei. Du holst tief Luft und gehst hindurch. Gut Leute, und nun, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, unsere Entscheidungen, die wir in diesen Erinnerungen getroffen haben, prägen unseren Charakter. Das können wir jetzt noch ein bisschen ausfeilen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal im zweiten Video. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.